Was ist das heute für ein Tag? Louis' Geburtstag. Zu einem Geburtstag gehört ja unbedingt eine Torte. Und natürlich kriegt Louis eine super, wunderschöne Geburtstagstorte. Louis' Schatz, Geburtstagstorte. Nicht den ganzen Teller. Komm, such dir einen aus. Oh mein Gott, nicht alle. Nicht alle. Einen nach dem anderen. Wir haben Louis vor zwei Jahren, am 19. aus einer Wohnung in Malchien geholt. Da war er drei Wochen alleine, wurde nicht versorgt. Und war total abgemagert und krank. Er hat nur noch 21 Kilo gewogen. Und so viel wir wissen, war Louis damals acht Jahre alt. Das heißt, er wird dieses Jahr zehn Jahre. Ja, ihm ging es überhaupt gar nicht gut. Und nur ganz wenig Menschen haben daran geglaubt, dass er es schaffen würde. Und darum sind wir froh, euch heute diesen Film zeigen zu können. Denn Louis geht es besser denn je. Okay, komm du. Wir müssen reisen. Wir müssen die Tür aufmachen. Komm her. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Na hopp, hoch mit dem Fuß. Also Louis liebt Autofahren. Und natürlich besonders, wenn wir auch ein schönes Ziel haben. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Musik Also der Hund hat schon seine Brotstagstorte vollkommen verspeist Mit diversen anderen Dingen Aber wahrscheinlich so ein bisschen passt hier auch noch rein Wissen sagst du nicht nein Nach zwei Jahre ist es her, es geht ihnen gut Wir haben alles richtig gemacht, ihr habt alles richtig gemacht Und wir freuen uns, dieses kleine Filmchen euch heute präsentieren zu können Wir wollen euch damit Mut machen und euch zeigen, dass es sich lohnt, um Tiere zu kämpfen Auch wenn Tierärzte sagen, es geht nicht Wir als Tierschützer schaffen ganz viel Uns gelingt es, aus fast toten Hunden wieder fröhliche Gesellen zu machen Und das ist schön Einen schönen Tag, der nicht da ist видите, als Tierschützer Tut mir ihn ganz mit dir Vielen Dank.